Mein Name ist Dorian Hunter. Glauben Sie an die Existenz von übernatürlichen Dingen? Sind Sie sicher, dass wir hier allein sind? Hinter mir. Heiße Bewegung! Haben Sie schon einmal etwas von der schwarzen Familie gehört? Bleib stehen. Oder ich verteile dir ein bisschen Hirn über diese billige Tapete. Ja! Maskiert leben Sie unter uns. Anwälte, Manager, Banker, die Elite der Gesellschaft. Sie haben sich einen mächtigen Feind ausgesucht. Die schwarze Familie hat meine Frau auf dem Gewissen. Und ich habe Rache geschworen. Den Flammenwerfer! Komm doch! Rache ist ein schlechter Freund, Mr. Hunter. Der einzige Freund, den ich habe. Der sahner Freund, die Happy護 Ground. Der zweite Freund Kimm ausgesucht.